So und wieder mal sind wir auf dem Turkey Road Run direkt hier im Daytona Speedway. Es ist Donnerstag, die Sonne glüht, es sind über 30 Grad hier auf dem Platz und es sind schon ca. 2-3000 Hot Rods, Muscle und Klassikas hier unterwegs. Wir drehen mal runter wie immer und machen mal ein paar Bilder. Und los geht's! Wir drehen mal runter wie immer. Wir drehen mal runter wie immer. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist eine große Herausforderung. Untertitelung des ZDF, 2020